so hallo ich möchte heute mal über meine erfahrung mit der kochsalz methode sprechen zur krampfaderentfernung im internet kommen ja ständig neue videos dazu und es wird darüber die heilpraktiker sagen ja wie sanft und natürlich und wie einfach das ist und dass man keine stützstrümpfe braucht danach und dass man danach sofort wieder arbeiten gehen kann also meine erfahrung schaut leider anders aus ich war vor zwei jahren beim heilpraktiker in ringstauf der heilpraktiker mit mir eine viertelstunde oder halbstunde gesprochen ja ich habe mein bein angeschaut hat dann so gegen mir und ich habe mir nichts dagegen gesprochen die injektion zu machen ich habe zugestimmt vorher mal nur unterschreiben dass man mit den komplikationen und nebenwirkungen einverstanden ist und ja dann hat er das gemacht und bei der ersten edition ja es hat schon so ausgeschaut ja als als wäre die ader als hätte sich die stammvene bei mir ist diese wiener safena betroffen gewesen als hätte sich die stammvene verödet ja da hat sich das hat sich zusammengezogen oberflächlich hat man sie nicht mehr gesehen aber nur für ein paar stunden also zuhause wieder ein paar stunden später war die vene wieder offen wie zuvor es hat sich überhaupt nichts verödet gehabt also geheißen hat sich ja man soll danach wasser trinken und er hat mir noch so eine creme mitgegeben die ich drauf schmieren soll und ja das habe ich alles gemacht ja und man soll hat die sonne meinen erst einmal aber es hat sich überhaupt nichts verschlossen der kreis ein jahr warten sie mal ab und so ja die baut sich dann ab ja aber da hat sich nichts verödet gehabt ja drei monat später bin ich wieder zu dem hin und ich habe mir gedacht ja hat es aber beim ersten mal nicht funktioniert und gestern wird noch mal hin und lasst das mal machen dann beim zweiten mal oder das wieder gemacht die injektion ja diesmal oder anscheinend ob eine höhere dosis reingespritzt und es waren richtige oder schmerzen also schaut die injektion selber aber richtig scheiße schmerzhaft und dann und danach monatelang bloß schmerzen ja der typ ich verstehe es nicht die haben mir bein einfach komplett gekriegt die haben keine ahnung die spritzen einfach so nach wie mal darm nach gefühl einfach in der kochsharzt lösung rein und die wissen nicht einmal genau wo sie reinspritzen sollen ja die die entscheidend ist noch gut dünken es ist ihnen ja also beim zweiten mal ja bei mir hat sich dabei mir unterschenkel richtig ein batzen gebildet und den hat man später auch raus operieren müssen ja die hart war abgestorben ja also ich kann ihnen was davon abraten ja da an den batzen an der stelle ja da hat sich was verschlossen gehabt das war dann schon alles weil es ist weiterhin das blut von oben weil der einfluss ist oben an der krosse ja da ist die leitvene und das ist die stammvene und oben an der krosse war die 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 stammvene immer nur offen also ist es nicht so dass es das wird zwar heilpraktiker niemals schaffen dass der mit der kochsharzt lösung richtig an der krosse die stammvene die venas auf vena verschließt das wird er niemals schaffen aber trotzdem verkaufen nicht so einen dreck machen schön werbung dafür ja sanft natürlich das kann vielleicht bei kleinen nebenessen funktionieren ja so eine kochsharzt methodik aber nicht bei einer stammvene ja weil von oben ständig alles nachfließt also dadurch bei mir im Unterschenkel hat sich auch das da an der Stelle wo der Batzen war, hat sich das verschlossen und dadurch hat sich dann alles von oben gestaut dadurch haben sich noch mehr Seitenäste gebildet nur mehr Schmerzen so schaut die Realität dann aus aber das ist für dich überhaupt kein Grund zu sagen, dass da was falsch gelaufen ist na die tun so, dass es komplett richtig gelaufen ist, es war in Ordnung hey, die schicken dich heim so, jetzt müssen sie warten die baut sich jetzt von alleine ab es dauert ein paar Monate dann ist alles in Ordnung cremen sie ihr Bein schön ein ja, toll ein Scheißtrick also im Nachhinein ich nutze den Batzen raus abbringen müssen die Haut die Haut ist abgestorben ja ich musste mir die Vene strippen doch dann strippen lassen ja also dann noch mehr Schnitte durch den ganzen Krampf weil also sie haben sich ja noch mehr Seitenäste gebildet durch diese Scheiß Kochsalz Methode und deswegen musste man noch mehr Schnitte machen um die zu entfernen also ich kann bloß jeden davon abraten der ganze Krampf von 53 Euro mich gekostet der Typ macht weiterhin schön Werbung hier im Internet ja und verarscht die Leute aber es kommt schon noch alles raus immer mehr Menschen sind betroffen immer mehr Menschen also tschüss macht den Scheiß nicht Schöne oder S? S?